Auch während der Corona-Krise geht es natürlich weiter mit der Versorgungssicherheit für Salzburg und aus diesem Grund sind die Trupps der Salzburg AG unterwegs. Diesmal begleiten wir die Gruppe von Roman Höll in den Tennengau, wo gerade ein Funkmasten in Betrieb genommen wird. Aktuell sind wir jetzt wieder damit beschäftigt oder wir können wieder mit dem Funknetzausbau der Salzburg AG weiter fortfahren. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, das kabellose Internetprodukt, das CableLink Air, für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das ist eben gerade in Zeiten der Corona-Krise für jeden, der auf Homeoffice angewiesen ist, natürlich eine optimale Möglichkeit, da von zu Hause arbeiten zu können. Bei CableLink Air schicken wir Ihnen das Internet über den Funkweg zu Ihnen nach Hause. Besonders gut geeignet für Regionen, wo es kein Kabel gibt oder die Verlegung eines Kabels besonders schwierig ist. Also wir haben 125 Standorte im gesamten Land Salzburg zur Verfügung, mit denen wir unser Netz dem Kunden bereitstellen können. Und wir schaffen es vor allem in Gebieten mit schlechter Versorgung, sei es Kabel- oder Lichtwellenleitermäßig, können wir mit unserem Funkprodukt optimal versorgen. Und das Arbeiten an so einem Funkmasten ist natürlich auch durch die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zwecks Corona eine Herausforderung. Auch hier gilt, obwohl im Freien Abstand halten. Wir nehmen da jetzt einen neuen LT-Standort in Betrieb. Der Kollege von mir, der kreidet gleich auf, kontrolliert die Antennen, kontrolliert die Stecker und danach nehmen wir die Station in Betrieb. So ein Funkmasten ist aber nicht nur für kabelloses Internet, also CableLink Air wichtig, sondern auch für eine stabile Funkverbindung, zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr. Die Herausforderung ist, dass man eigentlich jetzt genauere Funkstandorte aussucht, für das, dass man eben einen größeren Teil von einem Ort oder von einer Gemeinde abdecken kann am besten und einfach die beste Bandbreiten für einen gewissen Ort zum Beispiel jetzt abdecken kann. Wenn Sie sich also für Ihr schnelles Internet der Salzburger G interessieren, dann finden Sie alle Informationen wie gewohnt auf unserer Website. Und dann können Sie sich auch für die »Kreis«, Vielen Dank.